Also, dann musst du doch nicht alle auf. Komm, ich mach Schluss machen, mein Sohn. Ich ruf dich da lieber an. Spinnst du? Du kannst doch nicht einfach die Flaschen runterwerfen. Was soll denn der Scheiß? Ich hab's nicht mit Absicht gemacht. Das ist doch nicht so ein Quatsch. Hältst du mich für Blöde, oder was? Du gehst jetzt bitte sofort in dein Zimmer. Sofort. Ich will dich heute nicht mehr sehen, den ganzen Tag. Ab. Ab, hab ich gesagt.